So Leute, willkommen zurück zur nächsten Folge von Diablo 4 mit dem Jäger oder Jägerin. Und wir gucken uns jetzt mal hier dieses Zwischenquest an. Nennt man das so? Ja, wir gucken mal. Na, völlig fremden, okay. Äh... Äh, effizient. Äh, äh, das ist wirklich easy. Ich hab ein bisschen in den Level gestiegen. Ähm... Krass. Äh, so. So, jetzt hätten wir hier noch erhöht, vier Sekunden lang. Den Trefferschaden. Oder wir könnten... Das dauert hier noch ein bisschen. Schattenschnitt. Das sind die ersten Fallen und Preschen. Prescht vorwärts, weil es das Gegner hiebe. Bei 102 werden Kontrollfalles entfernt und verhindert. Okay. Hm. Krass, die Querschläge war schon auf 100 Prozent. Ich glaub, ich mach erst mal den... ...besseren Herz-Sucher. Oder will ich das noch besser? Kann man das hier noch mehr sehen? Ne, schade. So, das kann man hier nicht nochmal aufrüsten. Da erhöht sich wirklich nur der Schaden um ein. Ach, man kann nur eine auswählen. Hm. Das ist natürlich kacke. Na, wir könnten den Schaden erhöhen, aber nee. Ich mach mal hier diesen Klingsturm. Ich brauch irgendwas, was vor mir so ein bisschen ist. Und das kriegen wir erst Level 7. Okay. Ne, das macht dann keinen Sinn. Dann machen wir so. Müssen wir bis Level 7 warten. Okay, so. Dann machen wir jetzt hier die Hauptquest. Hm. So, what did you write on that piece of wood? Something about fear or cowardice, perhaps? Well, it matters little, I suppose. Hm-hm. I'm off to the dry steps in search of that pale man from your vision. I must know what party plays in all this. But first, I need you to retrieve something of mine while I finish my negotiations. A merchant in the center of the city has it. Worldly created, but they never mentioned I'm being tortured in hell for a few millennia, turned you into an arse. Hm-hm. Hm-hm. Kennen I-Narius nicht. Ist das, ist das der Haupttyping? There was a prophecy, yes. There was a prophecy, yes. It foretold the rise of the primevals, the return of Lilith and Inarius, the doom of our world. Inarius adopted the prophecy for his own selfish purposes, put it in the Cathedral of Light's gospel, and made it seem like he would be the hero to save us. Mm-hm. Mm-hm. Cracked hooves. Swayback. Cloudy eyes. This puck thing is practically crumbly. Ah, so the old man's finally decided to buy it back. Okay. You know he didn't mention coin, did he? Aha. If he wants his weapon, you'll need to pay. Let me know Dorats Stangenwaffe. Hmm. Huh. Oh. Oh. Hmm. Oh. Oh. Hmm. Oh. Hmm. Good. Wait. The old man sold me this, too. He said he didn't need it anymore, but I think he'd want it back all the same. No charge. Mm-hmm. I could want my... Yeah, apologies. He also gave me this amulet. What is it? The mark of the Haradrim. An ancient order of scholars and mages. He's sworn to protect sanctuary from demons. These days, we are few in number. There's another Haradrim. Donnan. His breadth of knowledge about demons is equal only to his hubris. Sounds like he could help us. Hmm. You should seek him out in Skosgland. But don't forget about the cathedral. They'll be expecting you, and they might prove to be useful allies, too. You're not coming with me. I am going to the dry steps to find out who that pale man is. Join me when you can. Just... be careful. Your ties to Lilith. The visions you see. You are the key to finding her and stopping whatever she has planned. Sometimes, our paths in life are set to collide. We just don't know it. Whether it is by accident or fate's hand, there is nothing we can do about it. The wanderer lost in the storm. Fed the blood of Lilith. Saved by a lone monk. Different lives and incidents drawn together. By what? Destiny? Or some greater power pulling the strings? I did not know. But at the time, I thought I had the chance to protect humanity from the daughter of hatred. The wanderer's connection to her gave me hope. Imagine that. Okay. Okay. Uh, tab. Markierte Gegenstände. Jawoll. ja bitte kannst du stufe 25 und die geschichte schließe den prolog jes jes wouz an has yet to return from delivering our tithing demands too many start perhaps you could sweep the roads and see what's taking him so long the cathedral must receive its dues So, okay, da müssten wir hin. Aber wie sagen, gehen wir erst mal in die Kathedrale vorbei und dann gucken wir... Okay, also hier kommen wir nicht hin, das ist schon mal schade. Okay. Mm-hmm. Dann gehen wir mal in die Kathedrale, ne? Gucken, ob hier so viel Licht ist, wie sie sagen, ne? Oh, Glorious Father, thank you. Your light has cleansed the disease from my flesh. I am made whole in your radiance. Father Inarius, bless the child that grows in my belly. Keep him safe in your light. My brother told me you have to shield your eyes in the father's presence or his light will make you blind. That's why the knights wear helmets. We were born in sin. Children of darkness. But the father's light can be sought through penitence and faith. Walk in the light. We must be ever vigilant against sin, brother. Yes, Reverend Mother. Let the light of Inarius burn away wickedness. Let not temptation lead you from his holy radiance. Let righteousness sear away corruption and sin. Cast out thy darkness, for only light must remain. Cast out thine darkness, for only light must remain. Is this the one from Nevest? Yes, Reverend Mother. Did Lorath not accompany you? He sent me on without him. Putting faith in that old man was a mistake. What could possibly be of greater import? Lilith. So, you know. Hmm. We have received word from one of our knights of a demon sighting in Gale Valley. The description matches too closely to the sighting in Nevest. If you would travel to Yelesna and take stock of events there, you would have the gratitude of the Cathedral of Light. I had thought to send Lorath, but... Again, he fails in his duty. With or without Lorath, the will of Inarius shall be done. Hmm. Here, take the knight's report before you go. Reverend Mother, I received a report of a potential demon sighting. Horned woman near Yelesna mines. Performed routine inspection. Nothing yet. Sent in priest and escort of knights. We'll report in when we find something. Okay. His skill is unmatched. But as you can see, he's not so reliable. It's not out of indifference. He went off searching for a pale man who accompanied Lilith. So someone is helping her. Huh. How easily the souls of men sink to darkness. She is spawn of a prime evil. Mark my words. Nevest was but the beginning. She will kill again. But our father, the angel Inarius, is prophesied to defeat her. Where there is faith, there need not be fear. One of our flock, the watch commander, Vigo, sent word of a demon sighting. A girl claimed to see a horned woman. The risk is too great to dismiss. Seek him out. He should be well into his search. Alles klar. Wird er hier noch irgendwas zu sagen? Ne, schau da. Okay. Stufe 5 plus. Ich weiß nicht, ob wir von hier so hier runter können. Okay, erstmal der Nebenquest nach. Mal gucken. Schön, wenn wir mal Stufe 7 erreichen würden. Dann können wir wenigstens noch so einen neuen Skill equippen. Das sollte uns doch ein bisschen stärker machen. So. Das heißt, wir gehen erstmal hier lang. Ja, wir könnten noch überlegen, ob wir die Schwierigkeit noch erhöhen. Aber wie gesagt, ich habe so ein bisschen Schiss, dass auf einmal die Gegner stärker werden. So, hier ist irgendein Schrein, irgendwas. Das ist halt nur ein Zauberer. Alright, wir sind in der Tank hier. Wow. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay, ich war gerade. Cool. Okay, Schwierigkeit erhöhen, lassen wir doch mal. So, diesmal haben wir diese Obolus gefunden. Okay, nice. Ich will noch sehen, ob die alle jetzt hier auch Hardcore Charaktere sind oder ob das ein Mix Max ist. Ich kann schon wieder nicht einsammeln hier. Ah, okay, das sammelt die Dings ein. Ah, okay, okay, jetzt habe ich es verstanden. Wir laufen einfach mal mit dem Typen mit. Das heißt, es wird trotzdem nicht einfach genommen. Man muss es trotzdem... Man muss trotzdem drauf drücken. Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Okay. Indeed, ich bin. Ich bin, mein Gott hat mich verändert, versucht zu schocken die Leben aus mir. All ich konnte, bevor ich verletze, war, über die Kräfte. Ich muss zurückkommen zu Kyivoshad. Und eine Einladung des Nachts. Bitte, nehmen die Tidigungen zu dem Merchandlord, Taogun, in Menestad. wir gucken mal was wir hier neues haben wir haben goldene schuhe heißt dieser stand gegen schatten energie bewegungsgeschwindigkeit ich will keine armenbrust haben und dann könnte ich erst mal weitermachen sind gleich level 7 nice so gucken wir gleich lege die leck my husband was a hard man to love now even the frozen ground won't take his body i am so very grateful i will need to make the necessary arrangements please excuse me so jetzt haben wir gesagt wir wollen diesen klingen sturm machen ich brauche sieben fähigkeitspunkte um das freizuschalten okay macht ja wirklich immer noch keinen sinn und 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 Ich habe einen Arrangement gemacht, und ich habe den Ruffian Laskus getötetet, um die Schutz zu retten. Er hat irgendwo neben dem Weg nach dem Nordwesten gewandert. Er hat die Gemstons geklebt, und ich werde es wertvoller Zeit machen. dann schon verbotene stadt nur droide so kommen wir hier irgendwas machen so das war ich auch ein bisschen komisch lohnt sich ja tatsächlich mal was und was reparieren bis armer in der piks stallmeister stoffekursion fährt holen diese pilgrim making their way to the overshad good people we do our best to keep them safe from the vampire infestation but we can't save them all ich bin ganzer zugang okay take care traveler bad enough i have to stand watch now i'm supposed to police the big pockets julek have you seen my julek he said he'd be back in the morning julek okay don't be quick to judge stranger a hungry man taking a loaf of bread is not a thief the garrison at kordragan was once formidable but it's been overrun by vampires and so many of these pilgrims pass through here on their way to kievashad the precious few others visit watch your pockets when people are hungry enough they turn to slavery ich habe alles verloren okay kann man hier auch quest bekommen ohne dass es drüber steht das ist interessant so gucken wir mal oh da ist ein totenkopf krass das ist wie ein anderer gegner das ist das ist das ist das ist erlebt das wir müssen einfach nur die typen töten die daran zieht ja 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 so wollen wir einmal hier in den dungeon guck mal guck mal so die verbotene stadt und hewiko oder wollen wir erst mal noch einen cut machen ich bin schon mal über der zeit okay wir machen glaube ich erstmal einen cut so ich bedanke mich wie immer fürs zu gucken ich hoffe dir hat es gefallen ja sorry dass ich hier nicht so viel rede aber ich nehme es hier mehr oder weniger mitten in der nacht auf und ich will hier keinen von meiner familie aufwecken daher seht es ein bisschen nach dass ich nicht so viel rede aber es ist auch ganz entspannt mal so mit zu zu gucken ohne dass jemand immer dazwischen labert bis jetzt eigentlich ganz cool ich habe mega viel spaß dran obwohl ich kaum was sage aber bis jetzt finde ich gar nicht so bad hier und da müssten sie ein bisschen noch was tweaken was so das ruckeln und die schnitte angeht sage ich mal in den zwischensequenzen aber ansonsten macht das game echt coolen eindruck bis jetzt aber wir gucken mal was so endgame content und alles so bereithält und zwischendurch alles aber so open world in diablo macht schon sinn so ein bisschen finde ich und ich finde es auch cool dass so mittendrin die ganzen anderen leute hier so mit rumrennen und ab und zu mit helfen können dann gucken wir einfach mal was weiter so passiert ich bedanke mich erstmal fürs zugucken euch hoffentlich bis zur nächsten folge und bis dann bye bye